Dann, das ist jetzt ein Bild, also jeder, und das ist 1948, wo er dann eben ohne Beine, ohne... ...die persönlichen Erlebnisse, des Zweiten Weltkriegs, standen unter einem Tabu. Und das haben wir als Kinder und Jugendliche sicherlich gespürt und solche Fragen eben nicht gestellt. Aber ich sehe schon auch, dass dieses Schweigen auf beiden Seiten war, der elterlichen Seite, aber auch auf unserer Seite. Da irgendwo meinen Vater zu verorten, das war einfach... Ja, ich war wirklich ratlos, aber gleichzeitig wusste ich, ich will wissen, wie das gewesen ist und will die Wahrheit herausfinden, versuchen, wenigstens. Und habe dann gleich ganz schnell an das Bundesarchiv geschrieben. Und das war in die Jahrzehnte? Ja, in die Jahrzehnte. 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 Vielen Dank.